Ist das jetzt der Provinz-Inhaber, ja oder nein? Ja. Oh, nicht schon wieder. Nee, echt jetzt? Ja. Nee, meinst du jetzt richtig Provinz-Inhaber oder ist das so wie eben? Das ist ein anderer Clan, die Provinz hat, aber kann die Pulse nicht verteidigen. Nee, das ist der Provinz-Inhaber wie Forms. Ist das genau selber. Ja, aber vorhin war es nicht der Provinz-Inhaber wie oft den noch. Das ist ein Unterschied. Weil es kommt von, ob denen... Nein, ist es nicht. Weil es geht darum, ob denen unentschieden reicht. Weil sonst müssen wir nämlich langgreifen. Wir machen das wie vorhin. Die IS-3 sammeln sich hier vorne wieder so und wir mit den Lights vornhinter. Da wird sogar davor. Die Lights hier hinten erstmal. Die IS-3 hier vorsammeln erstmal. Da vorn und da hinten weiß ich... So David, und jetzt erklärst du mir nochmal, ob das so wie eben war, dass das nicht... Ein Angreifer war auf dem Ding jetzt gemeldet. Naja, gut. Mit uns. Also zwei. Nee, ohne uns. Da stand null drinne. Und dann hab ich angemeldet. Ja, und jetzt zum Schluss? Immer noch einmal. 50, 100, kann den ja beschießen von einem Tor. 50, da hat noch die 9 gefehlt. Äh. Good being spotted. Wer? F7 drücken. Wer ist nicht. Bist du ganz sicher, dass es der Provinzenhauber ist? Ja, das hast du vorhin gesagt. Da kann er sein, dass kurzfristig noch mal angemeldet hat. Nein, die müssen... Anmeldeschluss ist eine Stunde vorher. Ja. Irgendwas ist dahinter. Arte hat mich in die Luft gelegt. Prima. Bist du durchstecken geblieben, wo du offen warst, oder? Ja. Ich bin sofort weggefahren. Ich bin sofort weggefahren. Wo wir hinterm... Ich bin hinter einem Hügelbund von der APA sitzen. Ja, da war zu Dauer gefördert. Ich bin sofort hin. Ich bin nur noch der Abobacht. Ja, da war es noch ein Hut zu sehen. Ich bin nur noch der Anhand von der APA. Ich bin schon seitdem. Ich bin schon vorhin或者 Faculty. Ich bin noch vorhin. Ich bin schon vorhin. Ich bin noch vorhin. Ich bin noch vorhin. Ich bin nicht mit Carlo, die habe ich ihn hier vorhin geblieben. Hier ist rein richten sich mal nach hier aus also zwei hier hin und das andere Zweierpaar guckt hier hin also bleibt hier hier vorne irgendwo stehen und David du bleibst da vorne versuch mal hier richtig auf diesen Lügel hier hoch zu kommen Geht das ist aus versehen ob da was kommt wir müssen wissen nicht dass sie hier gleich runter drücken Gut wie viele? Bis jetzt zwei aber ich bin ja nicht hoch gekommen Drei oder? Ja Aber ich beschiss mich muss erstmal weg Hier vier IS-3 hier rüber bitte es bleiben jetzt nur noch zwei hier stehen die anderen beiden fahren hier runter die anderen beiden hier hoch So wie vorhin okay? André du weißt du weißt mal einen Was sagst du David? Ja nicht Wie live hast du denn noch? Ich bin noch fast voll ne der 500 kommt gerade rum weil er mir eine mitgeben wollte Das sollte man einmal hin halten Sehen nicht von hier wenn ich brauche fahre hier steht noch ein Light um ihn zu Denkt dran an die Artie stellt euch Artie safe bleibt an den Hygien dran stehen und so Ja wir sind sie haben uns im Visier Ja Ja die hat sich überspielt Vorwärts mit dem Vorwärts Vorwärts Olli Warte doch erstmal Feindlicher Panzer Oh hier ist ein Light Du ist zieh dich ein bisschen zurück dass der dich auch nicht aufmacht Die IS-3 hier Vorsicht ihr seid jetzt offen ne von dem Light wegen der Artillerie Nicht dass hier gleich platzt Ich noch nicht Du ist wohl nicht vor hier ne? Ja ja ich weiß David komm mal hier zu uns Vor ganz hinten rum Hier steht noch ein Light vor uns Wenn ich hier runter Richtung Mitte an den Felsen vorrück kriege ich den da rein Du fahrst ganz hier oben lang jetzt Hier lang Dann kriegst du nichts ab Hoffe ich Panzer Der hat mich schon dazu gemacht Ja Muss trotzdem versuchen irgendwie herzukommen dass wir den zu drück pushen Ich hab Angst dass da noch was dahinter steht Na wenn nicht gleich hier schräg runter und hinter dem wieder rauskomme und ihr kommt von oben Panzer Ja der muss jetzt erstmal hier hochkommen Hier ist rein Gidea Gidea Ihr fahrts ja die Arti Zieht euch mal zurück ihr müsst euch mal Artis aufstehen ihr beiden Fahrt mal ein bisschen Ihr könnt auch hinter den Hügel hier fahren Los los Bewegung Ihr könnt den Light ruhig hochkommen lassen hier Jetzt hab ich nur der Hälfte Der kommt nicht hoch weil du da stehst Bei den IH3 alles ruhig da drüben Ich bin da auch Ich bin da auch Gut Ich bin da auch auf den Light Auf den Light Ruf kommt 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 David komm her Wo steht die Arti ungefähr Cool Du willst nicht stehen bleiben Bewegen bewegen die Arti die Arti die Arti Die Arti die Arti Steht 32 pro Stunde Ja Oli was haben wir in den Scavencat oder Ja wir fahren jetzt rüber Wir nehmen den 50-100 erst raus David Alle Lights auf den 50-100 jetzt Da ist nochmal 3 mal Der 50-100 auch auf den anderen 50-100 bitte Da ist nochmal 3 mal Auf dem Berg steht noch was Steht noch ein Light Da steht noch ein Light Wir müssen den 50-100 erst mal David auf den 50-100 Hopp Bleib bei den 2 IS-3 Guck wenn die rüber kommen Oh scheiße bin offen Weg IS-3 Giga fahr mal Ah ne fahr nicht Den T-54 und den IS-3 An den 50-100 muss man totkriegen Jungs Die beiden Keine Ziele Also hier schießt doch irgendwas Hinten in der Basis steht noch irgendwas bei denen so wie es aussieht Jungs den Light und den 50-100 hier unten müssen wir uns wegkriegen Hier ist der 50-100 ist der voll Unser Los Los Hallo Hallo Unser 50-100 Cyber bist du voll? Äh ne ich hab schon 400 identiziert aber Nein wieviel Schuss du hast? Wieviel Schuss? Drei Drei David fahr mal zurück da Ja Der 50-100 da drüben muss jetzt weg Leute irgendwie Luis pass auf Hier kommt ein D32 Hier fahrt ein Giga Giga G2 ist rein komm Helft mal bei den D32 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 David schade ich self irgendwie Halt kurz B13 ist gekettet Wo ist das bei den 50-100 aus Leute Hier 50-100 Ich bin weg hier Mensch Luis helf mir mal Ja Okay fahr zurück nach Nader Ja Panzerführer Ziel zerstört Ach da steht noch irgendwas da drüben Da steht noch irgendwas da drüben Der ist von dem Rackstweck auch nicht Ne nicht hinterherfahren Jungs nicht hinterherfahren Ist so gefährlich Hinter uns ist ne IS-3 Hinter uns ist ne IS-3 Nein Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Hat der ein Glück Hier oben steht was auf dem Berg Fahr zurück da Luis Fahr weg da Fahr weg da Ey das ist doch Das glaub ich doch jetzt echt nicht Wo steht was Auf dem Berg steht noch was Auf dem Berg steht noch was Bei denen fahr weg Fahr uns mal zu unseren hoch Ja Ihr und selber Ihr fahrt mal drüber Ihr versucht jetzt mal die IS-3 oder irgendwie Wo rüber Wie viel Schuss hat denn der 50-100 Wo rüber? Wie viel Schuss der 50-100 jetzt hat Wie viel Schuss der 50-100 jetzt hat Zwei Bekunden voll Zwei Bekunden voll Hälft Christian Wir haben zurück Nein Jetzt die vollen vor Kommt gleich die nächste IS-3 raus Rum Fahrt runter auf die Die vollen drauf Los die vollen vor Dieser Panzer ist kein Gegner Dakota, Leuke, Skiba Andre, ihr müsst vor Christian bleibt zurück Soll ich auch mit vor, Oli? Bleibs zurück Ja Wir haben noch irgendwas Christian bleibt zurück Fahr nicht weiter Christian nicht weiter Okay Hier Die A die steht noch unter Irgendein Leid Oder im TV Oder irgendwas steht noch da Äh Ich glaub das ist Bewegt euch erstmal Läufe Bewegen Die A die hat schon geschossen Die A die hat schon geschossen Ich glaub das ist eine ISU oder sowas Soll ich durchs Feld fahren? Erstmal Ruhe Jetzt seht ihr es rein Alle Mann hier oben Ihr sammelt euch hier oben Euren Tor Der 50-100 Und der T-54 Ihr fahrt hier rüber Der 50-100 legt jetzt komplett voll nochmal Die können nur noch zwei was haben Ach da haben sie schon verloren Bitte? Ach da haben sie schon verloren Die können nur noch die Audi Und noch irgendwas haben Naja, sag ich doch Nehmen wir alle Giger jetzt links Da war das jetzt Nicht hochfahren Nicht hochfahren Halt, wer will stehen bleiben Ne? So steht er gut Jetzt alle hinter Giger fahren Wir sollen weiter hochfahren Ne Oli? André du fährst auch noch daneben Und Christian, Läufe Ihr fahrt dahinter Okay? Und dann fahrt ihr einfach Gerade darüber Und fahrt gleich wieder runter Und dann links Und dann gleich wieder rechts Ne ihr fahrt links dranelang Okay? Läufe ist falsch Jaaaa Oli, sind wir hier hochfahren schon? Ja, ihr könnt ein bisschen Warte mal in der Ecke Auf dem 50-100 erstmal Aber Jungs, wenn ihr jetzt alle gemeinsam fahrt Die sind beide noch voll Ihr dürft nicht stehen bleiben wegen einer Audi, okay? Und drauf Nicht stehen bleibt Zur Not fahrt bergrunter Dass ihr schneller werdet Dass ihr euch die Audi nicht treffen können Kann, okay Links weiter, links weiter Michi, du fährst dann geradeaus, okay? Dakota, äh Und André, du fährst rechts weg Mit Christoph und Christian, okay? Ja, ich mal hochfahren und gucken Ob ich die Audi bekomme Nein, noch nicht Michi geradeaus Und Dakota auch Dakota links Fahrt nischt um, Leute Fahrt nischt um Luis nicht weiter Nicht weiter, Luis Was schreibt der? Komm gegen russisch Fahr russisch Christoph und Christian, ihr müsst euch echt zurückhalten Fahr links, Michi Links weiter, links, links Genau Ja Ja, wo der große Hüge ist Auf der Höhe fahrt ihr dann hoch, okay? Jetzt Jetzt hoch Rechts Luis, du fährst jetzt mit dem 50-100 hoch Und gleich wieder links um die Ecke, okay? Ja Und Michi auch mit Ja gut, da, äh Guck erstmal ganz vorsichtig Die wären 100% ja schön Die anderen IS-3 und die 3 ins Cap, bitte Anträge und so weiter Nimm's raus, komm Bei 50-100 holt sie sich, komm Oder Luis Hat geschossen Los, los Ich hab sie Anträge, ihr sollt ins Cap Los Alle ins Cap jetzt Da ist die ISU Jawohl, da ist er 50-100 drauf Boah, ey Für ein Glück, ey Ja Los Christian Ich krieg's in Schrein Doch Ich hab sie Ich hab sie Natürlich hab ich sie Luis, willkommen im Club der Final Ramkiller Ah, danke Gutes Spiel Ich hab sie Ich hab sie Ich hab sie Ich hab sie breath kannst